Wie ist die Schirons bei uns im Einsatz, die schon einige Jahrzehnte gefertigt haben und auch bis heute noch hohe Qualität liefern? Mein Name ist Steffen Wittmann. Ich leite seit 2015 den Vertrieb bei der Firma EMB Zerspannungstechnik. EMB ist ein Systemlieferant, der die komplette Prozesskette von Materialbeschaffung über Bearbeitung bis hin zur Oberflächenbeschichtung oder auch kompletten Baugruppenmontagen anbietet. Besonders interessant bei der Schirons FZ16 ist die Möglichkeit, dass wir dort per Luft kühlen können und so komplett die Kühlmittel vermeiden können. Dies ist ein großer Vorteil bei einigen Kunden, wo es nachher zu Oberflächenbeschichtungen kommt, die besonders darauf Wert legen. Im Vergleich zu den Vorgängermaschinen hat die FZ16 eine viel, viel höhere Dynamik in den Verfahrwegen, viel bessere Genauigkeiten. Also es ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den vorherigen Maschinen. Wir starten aktuell mit vielen Automatisierungsprojekten, wie zum Beispiel im Hintergrund bei der FZ15 zu sehen, einer Roboterzelle oder auch bei der neuen Chiron MT715 mit einer kompletten mannlosen Zu- und Abführung der Werkstücke. Die Zukunft liegt auf jeden Fall in der Komplettbearbeitung von Bauteilen in einer Aufspannung. Nicht, dass man verschiedene Aufspannungen für ein Werkstück braucht und jedes Mal die entsprechenden Rüstkosten hat, sondern eine Aufspannung, das möglichst komplett automatisiert, das ist die Zukunft der Fertigung am Industriestandort Deutschland.